So, mein Wunder, Back to Saturn! Ähm... To... Was? So... Back... To Saturn X... Nein... Ähm... Nein... Genau... Ja... So... Level 16 waren wir... Oha... Ah, Flashlight gibt's nicht... Hier geht's tief runter... Gleise sieht man auch keine... Na gut... Okay... Wir müssen hier raus... Äh... Hm... Hier gehen zwei Treppen nach oben... Das ist wahrscheinlich eine und dieselbe Treppe... Ja... Oh... Ein großer roter Punkt... Hä? Hallo... Hm... 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 So... Da... Schonmal nichts... Oha... Ist das nicht eigentlich falsch? Müssen wir eigentlich in der Mitte heller sein als außen? Ich meine... In der Mitte wird das Licht direkt zu uns abgestrahlt... Ich glaube die haben ein bisschen bei der Astrologie gepennt... Wups... Äh... Ja gut... Nice... So... Äh... Hä? Geht's denn jetzt hier weiter? Hm... Vielleicht spiele ich mal drei Wochen lang keinen Backtäuser-Ton und schon weiß ich nicht mehr wo es weitergeht... Okay... Also wir kommen jetzt hier gerade auf den Bahnhof raus... Hier ist ein großer roter Punkt... Und mehr seh ich nicht... Hä? Wart mal Leute... Irgendwas stimmt hier gerade nicht... Ja... Wir sind schon wieder in einer Map... Weil das war ja bei der Map... Letzten Map auch so... Wir haben keine Gegner und keine Secrets in der Map... Das verstehe ich jetzt gerade nicht... Vor allem... Wir haben auch keinen Weg... Wo... 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 Wo soll's denn jetzt weiter hingehen? Das ist mir gerade hier alles ein bisschen... Haben wir hier noch keinen Weg? Haben wir hier wieder irgendwelche Hinweise in der Map? Mal gucken... Ähm... Gate... H... No... Boarding... For... Clusters... Wie... Wir müssen noch drei... Ne... Wo sind wir jetzt überhaupt? You are here... Also müssen wir... Von da kommen wir doch! Ähm... Da hinten... Wir müssen praktisch hier durch... Die Frage ist... Wie kommen wir genau da hin? Müssen wir hier raus? Ne... Das... Mäh... Das macht jetzt überhaupt keinen Sinn! Na gut... Mh... Mir war so in Erinnerung, dass das letzte schon so extrem kurz war... Und das war scheinbar auch wieder extrem kurz... Von daher... Schau mit V! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!